Hallo und Willkommen zurück bei Cave Story! Ich habe ihn schon verpasst, macht ja nichts. Ich muss ja eigentlich nur noch gegen den Fisch kämpfen. So, wir waren jetzt bei diesem Teil hier. Das war auch nicht allzu schwer. Ja, nochmal rüber. Irgendetwas kommt. Und hier haben wir jetzt wieder... immer noch Curly. So, das war's dann mit dir. Jetzt sieht man Curly, wie sie wegtreibt. Jetzt sieht man, wie Curly wegtreibt. Schauen wir mal, ob wir auch diesmal zu langsam waren. Nein, diesmal waren wir sogar schnell genug, die ich wahrscheinlich nicht nebenbei noch aufgenommen habe. Wir haben auf jeden Fall den Nikomaru-Counter bekommen. Das ist ein Tribut für deine totalen Ergebenheiten und sowas. Wahrscheinlich habe ich es das letzte Mal durchgekriegt, weil ich Curly nicht gescheit gerettet habe. Das war aber nicht meine Schuld. Das möchte ich noch einmal erwähnten. Da ist irgendetwas mit der Planung... ... meine Agile-Strategie unter dem gegangen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.